Der Gewalttäter ist gefasst. Aber wer hat ihn bloß zu dem Angriff auf Großmeister Emmerich angestiftet? Einer der Papstloyalisten in der Kurie. Vielleicht ein streng Gläubiger. Oder einer, der sich nicht von seinen liebgewonnenen Privilegien trennen möchte. Aber wer könnte das sein? Mir fallen mehr ein, als ich zählen kann. Großmeister Emmerich, eure Verletzungen. Keine Sorge, mir geht es gut. Die Heiler haben ganze Arbeit geleistet. Wir dürfen den Vorfall aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn der Attentäter hinter Schloss und Riegel ist, planen die Hintermänner bestimmt schon den nächsten Schritt. Es würde mich nicht wundern, wenn sie bald wieder zuschlagen würden. Jemand, der die eigene Stadt in Brand setzt, lässt sich nicht so leicht vom Ziel abbringen. Großmeister Emmerich, die Basilika. Eine Gruppe Bewaffneter ist dort eingedrungen und hat sich verschanzt. Die Bewaffneten nennen sich die Brüder des wahren Glaubens. Sie haben den Bereich der Basilika gestürmt, der als Notlager für die Obdachlosen freigegeben wurde. Sie haben ohne zu zögern unsere Wachen niedergeschlagen und die dort versammelten Bürger als Geiseln genommen. Geiseln? Haben Sie Forderungen gestellt? Sie verlangen, dass ihr, verzeiht mir, eure ketzerischen Taten mit dem Leben bezahlt. Außerdem fordern sie, dass umgehend ein neuer Papst gewählt und eine neue Regierung gebildet wird. Was für ein Blödsinn! Haben diese Narren denn rein gar nichts verstanden? Warum ist es nur so schwer, sich von dem alten Glauben zu lösen? Warum hängen noch so viele an den Lügen der Kurier? Wir haben es nicht mit rational Denkenden zu tun. Zuallererst sollten wir uns um die Sicherheit der Geiseln sorgen. Dann nehmen wir uns diese Aufrührer vor. Das halte ich auch für das Beste. Befreien wir die Geiseln. Lucia, nimm dir die Tempelritter, die du brauchst, und sperr die Basilika ab. Keine Maus soll dort herauskommen. Zu Befehl! Hilda, sichere mit deiner Miliz die Fundamente. In den Schwaden gibt es viele, die nicht gut auf die Kurier zu sprechen sind. Sie warten vielleicht nur auf eine Gelegenheit wie diese, Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Aber ich will nicht, dass sie auch als Geiseln enden. Um die Befreiung der Geiseln werde ich mich persönlich kümmern. Kann ich dabei auf die Unterstützung des Bundes zählen? Ich danke euch, meine Freunde. Dann werden wir auch diese Krise überstehen. Wartet, lasst mich auch mitgehen. So soll es sein. Also gut. Auf geht's! Wartet, lasst mich auch mitgehen. Wartet, lasst mich auch mitgehen. Wartet, lasst mich auch mitgehen. Das war's für heute. 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 Ich... Lebe? Ich... 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 Ich...